Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Ihr seid in Folge Nummer 51 von Astroneers. Und ich glaube, wir waren dazu, da gemischt zu haben, dass ich schon im Rucksack sehe. Habe ich auch schon Pinne gemacht, weiß ich jetzt gar nicht. Scrollen wir mal ran. Ne, sieht nicht so aus. Dann sollten wir die mal als erstes machen und dann gucken wir im Keller weiter, wie es da so losgeht. Dann würde ich sagen, bis gleich nach dem Intro. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Ich dachte, ich hätte die schon gemacht, ist aber wohl nicht so. Und hier den Kohlenstoff oder was das auch immer ist, den sollten wir vielleicht besser hier lassen. Und sonst noch Verpacker. Ne, den lassen wir lieber drinnen. Boostanpassung und Erde. Ja, der Rest ist, glaube ich, das, was wir dann doch benötigen müssten. Ja, dann stürzen wir uns wieder in den Untergrund, der dann da runter geht. Und schauen, dass wir da unten Laterit finden. Das ist ja unser Ziel. Bisschen doof bis jetzt, aber was willst du machen? Kannst ja nichts machen. Irgendwo müssen wir gleich aufpassen, dass wir nicht auf die Nase fallen. Weil hier irgendwo das Gelände... Ne, habe ich doch schon hier, glaube ich, begradigt, oder? Sieht so aus, ja. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war oder ob ich es zwischendrin gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall geschaut, dass wir hier nicht so schnell runterstürzen, wo es da gerade bergab ging. Oh, irgendwie ein Even gab es wohl. Da sind jetzt diese Pinne zu Blüten geworden. Und hier waren wir, glaube ich, langgegangen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte sein. Vielleicht doch hier lang mal gucken. Ich glaube, wir sind hier weiter runtergegangen. Und dann schauen wir mal, was da unten so drin ist. Gerade knapp die Kante langgegangen. Hatten wir hier was schon weiter gemacht? Ne, ich glaube, bei uns sind die Pinne hier unten ausgegangen. Das war es, ne? Oder? Ich glaube schon, ne? Aber hier geht es auch ziemlich steil jetzt runter. Und da geht es ganz tief runter in das Loch. So, jetzt müssen wir hier weiterbauen, ne? Ne, C war es, ne? Zweimal C besser machen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwie so eine passende Schräge gebastelt kriegen, dass wir da runterkommen, ne? Oh, hier ist irgendwo jetzt gerade so ein grünes Ding wieder unterwegs, oder? Das hört sich nicht gut an. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Das war auf jeden Fall für uns nicht gut, das Zeug. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant hier aus. Okay, und hier geht es irgendwie weiter zwar, aber diese Dinger sehen jetzt hier gefährlich aus, ne? Diese Spitzen. Ich sehe das grüne Zeug jetzt noch nicht, ne? Ammonium brauchen wir jetzt nicht. Äh, ja, jetzt ist auch noch unser Ding ins Alle, ne? Jetzt müssen wir erst Erde abbauen, damit wir, ne? Wieder weiter runterkommen. Okay, da kriegen wir jetzt nicht so ganz so viel ab. Jetzt müsste es aber erstmal gehen. Ah, da links ist der grüne Staub da, ne? Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, hier runter zu stürzen und dann nicht wieder hoch zu kommen. Also, warte, wir müssen erstmal hier noch ein Teil setzen. Und das, was natürlich wieder nicht gepasst hat. Jetzt geht's. Und? Okay, das war jetzt tatsächlich wieder mal falsch und Glück gehabt. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier unten. Und da ist noch so ein Teil, so ein Shit auch. Das ist nicht gut, wenn das hier ist. Ah, jetzt muss ich das kaputt machen auf jeden Fall, oder? Weil da kommen wir nicht dran vorbei, sonst. Hm. Nein, das war schon richtig, das Teil. Ich glaube, jetzt habe ich es erwischt, aber ich muss jetzt ganz schnell hier mal hochkommen, damit ich da nicht das noch abkriege. Aber ich glaube, jetzt ist es weg, oder? Ich hoffe auf jeden Fall. Sieht erstmal gut aus, oder? So, jetzt sind wir hier in einer Ebene. Das ist abgestürzt. Ich glaube, die Samen brauchen wir nicht unbedingt, ne? Wir müssten aber hier gerade schauen, dass wir hier so ein Teil haben. Ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwo runterstürze. Vor allem um eine nächste Ecke kann ja wieder so ein grünes Ding sein, ne? Da muss man immer aufpassen. Ich höre es schon. Wer weiß wo. Wo ist es? Nirgendwo sehe ich es. Dahinter ist es nicht, ne? Nein. Schwierig gerade. Ach, da unten ist auch noch eine Ebene. Vielleicht ist es unter uns. Auf jeden Fall ist es gut, dass wir den Packer mitgenommen haben, weil ich glaube, der ist jetzt hier gerade brauchbar, ne? Wie war das? Das Ding da hin. Und den da drauf, ne? Oder? Und dann packen. Und dann haben wir so eine richtig geile Forschungsprobe dann da mitgenommen. Das ist wichtig. Aber irgendwo habe ich Angst, dass dieses grüne Ding hier irgendwo ist, ey. Ich weiß zwar nicht, wo es ist, aber irgendwo ist es. Okay, jetzt haben wir ja auch keinen Sauerstoff mehr. In dieser Ecke ist es nicht, oder? Jetzt blubbt es auch nicht mehr. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, dass wir vielleicht hier die Schräge einmal runterbauen. Jetzt haben wir keine Pinne mehr. Okay, dann gehen wir mal ein Stück zurück. Wir können aber gerade noch welche bauen. Wir hatten, glaube ich, noch einmal die Sache schon gemischt dabei. Und dann müssten wir hier oben wieder einsetzen können. Das ist tatsächlich zu weit weg, ey. Du glaubst es doch nicht, oder? So, wo geht es weiter? Sieht schon krass hier aus, oder? Tja, ich würde mal da lang gehen wollen. Weil hier sieht es auch ein bisschen wie so ein Weg aus, ne? Finden wir hier was Cooles, oder nicht? Ah, da geht es runter. Hier ist eigentlich schon eher Ende. Nein. Ich glaube, hier bringt es uns jetzt nicht weiter. Okay, der sitzt jetzt gerade nicht so gut. Okay, der sitzt jetzt gerade nicht so gut. Was haben wir da? Zinkblende ist das, glaube ich, oder? Hm. Ich glaube, da war gerade was Grünes zu sehen. Da hinten ist so ein Teil wieder. Okay, dann gehen wir da mal erstmal nicht hin. Gucken erstmal nach einer anderen Richtung. Den würde ich jetzt tatsächlich hier nicht stehen haben wollen, oder? Kriege ich den denn hier nicht bei mir in den Rucksack rein? Ich wüsste gerne, wie man den in den Rucksack kriegt. Wenn man den so hat, ne? So. Hier um die Ecke ist nix. Vielleicht gehen wir dann da weiter. Gucken wir dann hier mit der Schräge runter. Dann müssen wir wohl wahrscheinlich hier irgendwie selber anpacken gerade. Schauen wir mal. Geht das so? Tja, weiß ich auch noch nicht. Hier geht's weiter, oder? Ne, nur bis hierhin. Jetzt kommen wir hier hoch, oder? Hier ein Hinbauer geht, ja. Okay, irgendwo ist wieder so ein grünes Ding, was blubbert. Oh, von oben kommt er, okay. Okay, das ist aber gerade so, dass wir da kein Problem mit haben. Gut, da können wir mit leben, dass er da oben ist, glaube ich. Ja. Achso, wir haben schon wieder keine Verbindung mehr. Sauerstofflinie immer schön bauen. Oh, da hinten sieht man sehr schön dieses Ding. Ist hier wieder irgendwo einer oben, ne? Ich weiß nicht, wer gerade welcher schmeißt. Leider sehe ich jetzt hier nichts. Da ist ein Spalt, wo man durch kann. Müssen wir gerade Sauerstoff holen. Wir haben keine Pinne mehr, schade. Jo, da müssen wir wieder zurück. Leider fehlen uns hier jetzt gerade die Dingens. Die Möglichkeiten sag schon, weiteres Zeug abzubauen. Wir können ja mal hier um die Ecke gucken, in der Hoffnung, dass hier nicht so ein komisches Zeug ist, aber vielleicht was zum Abbauen. Manchmal sollte man vielleicht auch das Abbauwerkzeug anhaben, um zu sehen, wo man was abbauen kann, ne? Region Mantel sind wir jetzt. Okay, hier ist aber nichts in der Wand. Da hinten ist die Zinkblende, ja, ne? Was anderes ist da nicht, oder? Bedeutet, wir müssen wieder zurück. Hier ist auch nichts groß zu sehen. Den haben wir hier hingesetzt, aber ich glaube, der braucht gar nicht hier sitzen, ne? Ich sehe jetzt leider hier auch kein Gemisch irgendwo, oder sowas. Ich glaube, den kann ich wieder einpacken, sozusagen, mitnehmen. Aber ach, man kann den ja hier nicht mitnehmen, ne? Das war ja auch wieder so, wo ich nicht weiß, wie ich den in den Rucksack kriege. Keine Ahnung, wo hier das Ding ist. Irgendwo blubbert der hier auch rum. Den hat mal kaputt gemacht. Da gibt's keinen Weg mehr. Können wir da noch ein bisschen weiter gehen. Machen wir da. Ne, da ist er schon zu weit weg. Lassen wir uns mal das Loch hier gerade noch zumachen. Da können wir nochmal gerade drüber gucken. Aber hier sind nur die grünen Dinger da. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Die Entdeckungsreise hier unten nach Laterit war jetzt nicht so erfolgreich. Ich muss wieder Gemisch irgendwo herholen. Müssen wir mal gucken, wie wir da dran kommen. Aber ich mach das mal und sehe zu, dass wir hier wieder runterkommen und dann erforschen wir mal weiter und hoffen, dass wir irgendwo Laterit kriegen. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Warp macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.